So, die Hardcore-Farmwelt. Wir testen sie. Seid ihr ready, Leute? Ich bin ready. Okay, Flächenschaden schon mal geil. Flächenschaden vor allem geil für diese Osterquests, wenn es die wirklich noch gibt. Ich muss noch ein bisschen besser erzielen, glaube ich. Okay, ich bekomme jetzt von denen gerade keinen Loot, deswegen kann ich nicht sehen, wie sehr sich das finanziell lohnt. Müssen wir mal anders testen. Wo ist denn der Zwergenschmied? Level 8. Da ist er. Ist jetzt leider auch nichts gedroppt. Ah ja, aber ich habe 69 Leben. Also das ist geil. Ich weiß, Totems nicht gestackt haben. Ich habe sie deswegen einzeln. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe damals mit den Totems. Damals noch letztes Jahr an... Wann war denn das? Wie heißt der Feiertag? Halloween. Aber gut, hier kriegen wir jetzt nicht den krassen Loot. Dann können wir direkt mal... Ich gehe mal wieder zurück. Oh doch, hier gab es Loot. Eine Armbrust sogar. Besser als meine. Das macht immer gar nichts. Geil. Können wir direkt später meine Armbrust austauschen. Aber wenn man die eh nicht mehr verzaubern muss, weil die eh unendlich sind alles, dann ist doch geil. Deswegen ist es nur, ich sehe nicht so viel wegen den Flammen. Das ist ein bisschen... Gut. Geil. Okay, ich würde sagen, ich bin... Jetzt bin ich up to date. Ne, von hier aus kommt man sich nicht zurückporten, ne? Nur hin. Spiel den Bogen, das ist besser als der Bogen. Ja, aber die Armbrust war mein erster Skin. Deswegen würde ich immer gerne eine gut gelevelte haben. Weißt du, was ich meine? So, ich bin so ein nostalgischer Mensch. Ich bin ein nostalgischer Mensch. Was ist das Oster... Dass die Osterquest wirklich noch aktiv ist? Schwierigkeit gerade null. Ja, komm, gib rein. Das sieht nicht aus wie das Osterding. Überhaupt nicht. Ich baller einfach mal drauf vom Weiten. Ich weiß nicht, wie gefährlich die Dinger sind. Oh, da sind wieder die von Halloween. Die fand ich letztes Jahr schon so geil. Einfach drauf. Na gut, die Osterquest ist trotzdem noch offen gewesen gerade. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich Monster töten. Das schaue ich gerade ganz gut, weil ich jetzt Flächenschaden habe. Das ist schön. Ich kann einfach hier stehen und warten eigentlich. Oh, diese Klatschdinger sind auch wieder da. Die waren so nervig mit dem Blitz an Halloween letztes Jahr. Oh, ich habe Schlüssel. Mich das erschrocken jetzt. Noch ein Schlüssel. Noch zwei Schlüssel. Ne, noch einen Schlüssel. Dann kannst du wissen, wie viel Schaden die mir machen. Aber gut. Könnt ihr noch erinnern, als der Jäger, also der Ambrustjäger, der krasseste Skin war? Oh, geil. Wir haben schon 38 Monster getötet. Das war wohl die, okay, was aushalten. Letzte mit der Ambrust hatten wir, haben wir die gewone-hitted, diese Osterdinger. Haben sie aber nicht gekillt. So schnell. Weil ich keinen Flächenschaden hatte. Da hatte ich mir schon Flächenschaden gewünscht. Da gab es damals diesen Magier. Relativ neu, der um sich rum so einen Feuerkreis macht. Das wäre ich nicht meine. Der war auch geil. Geil. So. Komm nur. Komm zu Daddy. Aber Giganten muss ich noch stoppen. Ich nehme an, dafür muss ich weiter vorrücken. Oder habe ich jetzt nichts mehr gesehen? Wer von euch jetzt ein Gigant hat? Wer von euch ist ein Gigant? Weil da habe ich einen besiegt und muss drei. Das macht gar nicht mal so viel Schaden. Er schreckt mich aber zu Tode. Das ist wirklich ein halber Herzinfarkt. Und dann drei von diesen Schlüsseln. Muss ich gleich mal gucken in der Beschreibung, was die bringen. Wie schnell ich auch heile. Das macht sehr glücklich. Das macht sehr glücklich. Konzentrate sich, Leute. Ich bin konzentriert. Seid ihr konzentriert? Ach, stopp. Die Giganten ist die Quest. Oh Gott, bin ich lade. Oder? Ich glaube, ja. Jetzt müssen wir mal einen Monster töten. Ne, jetzt bin ich bei der Osterwelt wieder. Tiefe Quest, die Osterwelt. Kann man die irgendwie entfernen? Kann ich die Osterwelt überhaupt noch abschließen? Gott, erschreckt mich das jedes Mal zu Tode. Ah, kommt drauf da. Kommt zu Papa. Die machen halt nicht wirklich Damage, ne? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich jetzt, wo es nicht mehr so viele Härten sind, ich mein Leben aus den Augen verliere. Das nicht mehr richtig wahrnehme. Hier mal weiter. Gucken, ob hier noch was kommt. Weil ich habe jetzt keine offenen Quest, ne? Ich würde gerne, weil da steht Ebene 1. Ich würde gerne die nächste Ebene sehen. Das hat bestimmt was mit den Schlüsseln zu tun. Moment, Schlüssel. Ich kann dann den Schlüssel. Schlüssel lassen sich. Die Kisten. Gibt's Kisten? Okay. Leute, hier gibt's Kisten irgendwo. Muss ich suchen. Geil. Wirklich, du kannst bei Horseblocks, kannst 1-2 Monate in irgendeinem Bereich nicht so aktiv gewesen sein. Gibt's schon wieder was Neues. Oh, das hat ein bisschen mehr Armer gemacht. Da gehe ich kurz warten, bis ich geheilt bin. Kommt. So. Kommt, Papa. Ich habe gleich mal voll Magen. Ich muss gleich mal am Abendessen. So eine schöne Instant Nudelzucker. Autsch. Wie ich jetzt irgendwelche Truhen öffne, habe ich noch nicht verstanden, wer die Spiele bestimmt herausfinden. Alles klar, habe ich jetzt privat auch wieder was zu tun, anstatt normales Farben. Aber das macht Spaß. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie sehr ich das finanziell lohnt. Also Ingame-Finanzen. Also Loot-technisch. Da haben sie mir mal eingekesselt. Okay. Aber außer diesen Schlüsseln... Oh, da gab's Aua. Außer diesen Schlüsseln gibt's jetzt hier irgendwie keinen Loot hier unten. Das hatten wir im Wald gerade besser. Ich weiß aber halt nicht, was diese Truhen, wenn ich sie finde, was die beinhalten. Vielleicht lohnt die sich ja übel krass. Wir klatschen. A, E, E, O, U. Du gehörst doch mit dazu. Gott, mein Humor ist echt stumpf. Und er ist sogar geklaut aus dem wilde Kerle-Video von Two Broke Guys. Und da gab's wieder so'n Schlüssel, ne? Schönen Abend, Sofa legen. Das geht. Wir sind gerade ein bisschen am Zocken. Heute ist Gaming-Abend. Nochmal so'n Schlüssel. Ich muss hinterher rausfinden, wie ich damit irgendwie was öffnen kann. Die scheinen wichtig zu sein. Wenn's die hier nur gibt. Zweifel im Forum gucken. Da gibt's bestimmt ne Anleitung. Was, wie, die sind. So. Drauf da. Ich werd hier raus wunderbar ein Video schneiden können. Oh, shit. Genau da mach ich mich strecken, natürlich. Äh, Video schneiden können, wie ich das erste Mal hier reingehe. Ich geh mal auf Abstand. Das tut aua. Da hinten ist das, was interessant aussieht. Oder ist das der Start gewesen? Das könnte der Start gewesen sein. Ah, sieht aus wie Startportal. Ist sonst betreten? Oh, ne, ich kann hier zu Ebene 2. Okay, ist sonst betreten. Ich wollt' die anklicken. Stoppe die Giganten 2. Geil. Bist du ein Boss? Geh mal besser nicht in deine Reichweite. Vogelscheuche, du. Ich lese mal kurz, was im Chat steht im Moment. Also in-game. Irgendwas Nices geplant. Ich wusste bis gerade nicht mal, dass die EM ist so richtig. Also nein. Hier sind ein paar Minibosse. Ups. Nein, ich bin rausgetappt. Sind stark. Miniboss. Blablabla. Okay, Minibosse. Die ist auf jeden Fall weniger los. Von der Menge her. Das kann ich für ein Geräusch. Aber Miniboss, okay. Weiß einer der Zuschauer, was ich mit diesen Schlüsseln anfangen kann? Oh mein Gott. Okay, der ist nicht so stark. Die Dinger... Ne, die Dinger waren das gar nicht. Das waren... Ne, das waren die Centers, ne? Irgendwas war in dem Weihnachts-Update-Ding übel nervig und hart. Lass gekämpft, lass weitergehen. Perfekt, wir können weitergehen. Das war jetzt einfacher als die da drunter. Ich wusste aber auch, dass ich weitergehen kann. So, was steht hier an? Okay, Moment. Ich lese. Ich lese. Lass weitergehen. Auf der nächsten Ebene dürfen die Schatzkammer sein. Uh. Ist das hier? Hier kann ich looten. Na super. Jetzt würde hier der... Oh. Vielleicht erstmal kämpfen. Die Schatzkammer klingt aber, als ob ich hier vielleicht diese Schlüssel nutzen kann. Was? Nein! Waxe! Ey, ich bin so schlecht in den Zielen und die sind in der Luft. Oh mein Gott, das hat sogar ein Totem getriggert. Vor allem zur ersten Inventator... Okay, die One hitten mich. Vor allem sogar zur ersten Inventartotem. Und nicht das in der Hand. Okay, hier sollte ich vielleicht dann mich zurückhalten. Aber warum hat er nicht erst das in der Hand getriggert? Sondern das Inventartotem. Okay, vielleicht doch lieber ganz schnell zur Lobby. Bevor das in der Hand irgendwie nicht funktioniert, gehe ich dann doch lieber ganz schnell zur Lobby. Okay. Okay.